In der ersten Einheit erklärt euch nun Ambros Gasser, CEO von Asireisen, die Vielfältigkeit der Routen und die verschiedenen Varianten einer Alpenüberquerung. Servus, mein Name ist Ambros Gasser und ich bin CEO von Asireisen. Ich freue mich, dich heute in meiner Einheit begrüßen zu dürfen. Um was geht es? Um das Thema Alpenüberquerung, welche Routen gibt es und zu verstehen, welche Route hat denn welchen Charakter, sodass du am Ende dieser Einheit schon ein bisschen ein besseres Gefühl bekommst, welche Alpenüberquerung ist denn für dich die richtige. Grundsätzlich muss man bei der Alpenüberquerung einmal unterscheiden zwischen verschiedenen Bereichen. Nummer eins, den Schwierigkeitsgrad. Es gibt Alpenüberquerungen, die sind einfacher, es gibt welche, die sind moderater und es gibt welche, die sehr anspruchsvoll sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist eine Frage, die du dir selber auch stellen musst. Möchtest du lieber von Hütte zu Hütte gehen oder möchtest du lieber von Hotel zu Hotel oder von Pension zu Pension gehen? Beides hat seine Vor- und Nachteile und beides hat natürlich seinen Charme. Das Dritte ist, wie sieht es mit dem Gepäcktransport aus? Der eine mag vielleicht alles selber tragen und sagt, das ist mir wichtig, dass ich auch wirklich alles selber über den Alpenhauptkamm mitnehme. Der andere sagt, ich gewandern und nicht schleppen, für mich ist ein kleiner Tagesrucksack fein und meine Reisetasche wird idealerweise transportiert. Und zu guter Letzt stellt sich natürlich auch die Frage, je nachdem, ob du jemanden hast, mit dem du gehen möchtest, je nachdem, ob du den Anschluss an der Gruppe suchst, weil es vielleicht lustiger ist und ein Guide, möchtest du in der Gruppe gehen oder möchtest du die Alpen individuell überqueren? Das Zweite, was man sich auch die Frage stellen muss, wann ist die beste Reisezeit? Beginnen tun die Alpenüberquerungen oder die Alpenüberquerer starten im Mai schon bis in den Oktober hinein. Jede Jahreszeit hat seine Vor- und Nachteile. Wenn man zu Beginn der Saison startet, also im Mai oder Anfang Juni, dann ist da weniger los als in den Hochsommermonaten. Man hat aber natürlich noch einiges an Restschneefeldern, wo man einfach aufpassen muss, dessen sollte man sich gewahr sein. Wie kann man diese überqueren? Im Sommer gibt es kaum mehr Schneefelder, außer in manchen Bereichen in der Notexposition. Im Sommer ist aber natürlich mehr los, weil man hat natürlich Urlaub und die Leute haben frei. Und was im Sommer natürlich auch ist, ist, dass es eine höhere Gewitterwahrscheinlichkeit gibt als in den Randzeiten, wie beispielsweise einfach auch im Herbst, der auch eine ganz gute Zeit ist, weil weniger los, kleinere Gewitterwahrscheinlichkeit. Dafür aber natürlich auch Temperaturen, die nach unten gehen können. Und auch die Wintereinbrüche sind dann natürlich häufiger zu beurteilen. Es gibt jede Menge Alpenüberquerungen und jeder kann sich im Grunde seine eigene noch erfinden. In den letzten Jahren haben sich aber natürlich einige Alpenüberquerungen herauskristallisiert, die ihr überdurchschnittliches Interesse verursachen. Und jeder hat ihren persönlichen Charakter. Im folgenden Chart seht ihr eine ganze Reihe an Alpenüberquerungen, die ich euch nicht vorenthalten möchte, sodass ihr seht, was gibt es denn eigentlich für Bandbreite. Ganz bekannt, natürlich und sicher die meist begangene Alpenüberquerung ist der E5 von Oberstdorf nach Meran. Gibt es auch in verschiedenen Routenführungen, in verschiedenen Adaptionen. Das ist so der Klassiker. Eine besonders schöne Route, die in unserem Haus erfunden wurde vor ungefähr zehn Jahren, ist von Garmisch nach Sterzing. Eine weitere bekannte Route ist vom Tegernsee nach Sterzing. Auch da wollen wir noch einmal drauf kommen. Eine ganz bekannte Route, die mittlerweile auch sehr beliebt ist, bei Individualisten ganz besonders, ist von München nach Venedig. Es gibt Königssee 13, also zwei wirkliche spektakuläre Anfang- und Endpunkte, die miteinander verbunden werden. Es gibt die Via Claudia Augusta. Manche kennen die als Radtour, aber es gibt sie auch als Alpenüberquerung zu Fuß. Es gibt eine Variante, die an den E5 dann anschließt. Das ist von Innsbruck nach Meran. Und die Verlängerung dann von Meran zum Gardasee. Wilder Kaiser, Großglockner. Auch das ist eine reizvolle Tour im Osten der Ostalpen sozusagen. Es gibt eine tolle Tour von Garmisch zum Gardasee. Und eine nicht so bekannte Tour eher im Westen geht vom Bodensee zum Lago Maggiore. Das sind die Touren. Wir werden jetzt nicht in jede dieser Touren hineinsteigen, aber ich möchte euch eine ganz kleine Übersicht der beliebtesten Touren geben, beziehungsweise auch Touren, die wir empfehlen, weil sie einfach landschaftlich sich herausbewiesen haben, dass das wirklich ein ganz besonderes Erlebnis ist. Wenn wir auf die Karte schauen, fangen wir im Osten an. Die grüne Linie, das ist der Klassiker von Oberstdorf bis nach Meran. Anschließend die gelbe Tour, die ihr seht, geht von Garmisch nach Sterzing. Nicht zu übersehen, weil sie sehr lang ist, ist von München nach Venedig in Petrol eingezeichnet. Das nächste, was man dann sieht, ist der Wilder Kaiser bis zum Großglockner. Und die Tour, die diese auch schneidet, geht vom Königssee zu den Dreizehnern. Alle Touren sind super. Vielleicht muss man sich gar nicht immer für eine entscheiden, sondern macht die ein oder andere hintereinander. Das sehen wir ganz stark bei den vielen tausenden Menschen, die mit uns jährlich die Alpen überqueren. Irgendwann hat man da mal Feuer gefangen und man ist im Elan drinnen und sagt, eigentlich kein Sommer ohne Alpenüberquerung. Es gibt eine große Bandbreite, die man da machen kann. Deswegen schauen wir noch einmal hinein in die verschiedenen Touren und schauen wir, wie sie sich denn unterscheiden. Wir sehen hier auch unsere Karten noch einmal ein wenig detaillierter. Vier Alpenüberquerungen, die wir da gegenüberstellen. Das ist der E5. Das ist Garmisch Sterzing. Das ist Königssee Dreizehnen. Und Wilder Kaiser Großglockner. Was man sieht, ist, dass es heutzutage eigentlich üblich ist, dass Alpenüberquerungen erlebnisoptimiert gemacht werden. Weil da, wo es vielleicht einmal eine Etappe ist, wo man durch ein Tal gehen muss, wo viel Zivilisation ist, dass man nicht unbedingt fünf Kilometer neben der Straße geht, sondern dass man einfach auch die öffentlichen Verkehrsmittel nützt, um gewisse Etappen zu verkürzen, sodass man beim Gehen wirklich in den besonders schönen Ecken unterwegs ist. Ihr seht in dieser Karte die strichlierten Linien. Die strichlierten Linien sind die, die wir auch wirklich wandern. Die nicht strichlierten Linien sind die, wo Transfers dazwischen sind, beziehungsweise auch dann, wo der Transfer dann auch zurückgeht zum Ausgangspunkt. Ich möchte gerne anfangen mit den Klassikern. Einer, der sich immer mehr zum Klassiker entwickelt, als Ergänzung zum E5, ist die Tour vom Königssee zu den 13. Insgesamt sieben Tage. Die durchschnittliche Tagesetappe ist rund 15 Kilometer und eine durchschnittliche Gehzeit von sieben Stunden. Man sieht, da steckt auch einiges an Höhenmeter drin. Wir führen die Höhenmeter jetzt nicht summiert auf, weil das nicht unbedingt sehr ausschlaggebend ist. Aber es ist eine tolle Tour, die von Hütte zur Hütte geht. Das heißt, man ist immer oben am Berg, man hat traumhafte Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, man hat den Sternenhimmel. Man hat nicht den Komfort, wie es vielleicht im Hotel ist und sein privates Zimmer, sondern man ist im Mäbezimmer oder im Lager unterwegs. Das ist der kleine Nachteil dabei, wenn man mehr seine Ruhe sucht. Und bei dieser Tour ist es auch so, dass der Gepäcktransport bis dato nicht organisiert wird. Das heißt, man tragt da wirklich alles selber. Bei ASI, wenn man sich das bei uns anschaut, es gibt die Tour Self-Guided und Guided. Was bedeutet das? Self-Guided ist, man bekommt ein Roadbook von uns, wo Informationen drinnen stehen, wie geht man von A nach B. Es gibt Tipps drinnen, es sind Kartenausschnitte, Informationen sind eingezeichnet und man hat auch die GPS-Daten, die man dann in allen gängigen Apps verwenden kann, sodass man sich nicht verliert. Zusätzlich bei allen Self-Guided-Reisen gibt es eine 24-7-Service-Nummer, die einem dabei hilft, dass man nicht verloren geht oder sollte es einmal irgendein Problem haben, dass einfach jemand da ist, der sich auf der Tour auskennt, der sich mit der Logistik auskennt, der dich dabei unterstützt. Bei Guided ist es so, dass wir ausschließlich mit staatlich geprüften Bergführern oder mit autorisierten Bergwanderführern zusammenarbeiten, sozusagen nicht mit Reiseleitern, sondern wirklich mit Experten, die draußen unterwegs sind, die vielfach im Sommer über die Alpen gehen und die Wege kennen, wie ihre Westentaster, tolle Geschichten zum Erzählen haben und in einer Gruppe, wo wir durchschnittlich neun Leute sind, sind wir einfach auch noch so klein und so flexibel, dass man auf die Individualität jedes Einzelnen eingehen kann. Zweite Tour, Oberstdorf Maran, zu dieser muss man eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, viele kennen sie, viele sind begeistert von dieser Tour, sieben Tage, durchschnittliche Tagesetappe, 15 Kilometer und acht Stunden, man ist eigentlich den ganzen Tag beschäftigt. Der Klassiker geht von Hütte zu Hütte, dort hat sich mittlerweile der Gepäcktransport etabliert, man kann die Tour guided und self-guided machen, auch wenn man self-guided unterwegs ist, man ist bestimmt nicht allein, man findet da Anschluss, man findet da andere Leute, die die gleiche Leidenschaft tragen, mit denen man unterwegs sein kann. Gehen wir mehr in den Osten der Ostalpen, gibt es eine ganz tolle Tour vom Wilden Kaiser bis zum Großglock, also bis zum Höchstenberg in Österreich, sieben Tagesetappen, 13 Kilometer in Summe im Schnitt pro Tag, man geht fünf Stunden, also ist alles ein bisschen verkürzter. Also die Tour wird in Hotels organisiert und wenn wir von Hotels reden, dann reden wir von kleinen, familiengeführten Hotels mit wenig Zimmern, also wo man wirklich persönliche Ansprache auch hat und im Grunde die das erfüllen, was eigentlich der Wanderer auch möchte. Man hat nur Platz, seine Sachen aufzuhängen, man kann die Dinge trocknen, man darf vom Frühstücksbuffet auch was mitnehmen, wenn es um die Jause geht. Man hat den Gepäcktransport dabei und derzeit gibt es die Tour bei uns in geguideter Form. Was sich die letzten Jahre immer mehr etabliert hat, ist, dass man Alpenüberquerungen eben nicht nur von Hütte zu Hütte macht und nicht nur Alpenüberquerungen hat, die anspruchsvoll sind, sondern viele Leute träumen davon, einmal über die Alpen zu gehen. Aber man möchte nicht die Hütte haben, weil man möchte in Ruhe schlafen, man möchte sein privates Zimmer haben, man möchte seine private Dusche haben, man möchte den Gepäcktransport haben und man möchte eben moderate Schwierigkeiten haben, sodass man einfach auch Zeit hat, um das Ganze zu genießen. Da möchte man drei Touren hervorheben, die bei uns die Gäste und die Reisenden ganz besonders begeistern. Das eine ist am Klassiker, am E5 entlang. Die Touren sind leicht abgeendet am E5 und wir schlafen nicht auf den Hütten, sondern wir schlafen im Tal. Man sieht, die Touren sind dann nicht anspruchsvoll, sondern sie sind im moderaten Schwierigkeitsbereich. Zehn Kilometer pro Tag, viereinhalb Stunden im Schnitt. Die Tour gibt es sowohl guided als auch self-guided. Der Gepäcktransport ist selbstverständlich dabei und abends kommt man in ein kleines, nettes Hotel in der Pension, wo man einfach die Zeit für sich da auch hat. Garmisch Sterzing, eine meiner absoluten Lieblingstouren, die ich selber schon mehrfach geguided habe. Geht durch ganz wunderbare Ecken, durch Tirol bis nach Südtirol. Die Tour ist eine ganz tolle Tour, wenn man sagt, man möchte über die Alpen gehen, man möchte es moderat haben und man möchte im Hotel wohnen. Tagesetappen von durchschnittlich 13 Kilometer, 6 Stunden gibt es als self-guided Variante oder als guided Variante. Eine dritte Tour, die spannend ist, die diesen Alpenbogen noch in einem größeren Maße umspannt von Nord nach Süd, ist die Tour, die auch in Garmisch startet, aber bis zum Gardasee runter geht. Wir haben acht Tage, Tagesetappen von 12 Kilometern und durchschnittlich 5 Stunden pro Tag. Sie wird als geguidete Variante organisiert mit Gepäcktransport in bequemen Hotels. Es ist so ein bisschen ein Best-of der Region zwischen Bayern, Nordtirol, Südtirol und dem Trentino und bietet landschaftlich auch eine unglaubliche Vielfalt und allerhand Dinge, die man dort erleben kann. Das war meine erste Übersicht über die verschiedenen Alpenüberquerungen. Weitere Informationen dazu, was der Reiz ist zwischen Einzelnen und die Unterschiede, die findet ihr bei uns auch im Blog. Unter diesem Video gibt es einen entsprechenden Link, da könnt ihr auch noch einmal nachlesen und mehr Informationen euch anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Auswahl, bei der Qual der Wahl. Jede Alpenüberquerung hat seinen Reiz. Solltet ihr sonst noch Fragen dazu haben, stehen euch, unsere Expertinnen und Experten, natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.